Zum großen Finale weht noch einmal ein Hauch von Hollywood durch Carlo Vivari. Die US-Schauspielerin Robin Wright erhält bei der 57. Ausgabe des Tschechischen Filmfestivals den Preis President's Award für ihre Verdienste um das Weltkino. Ich möchte den Carlo Vivari Filmfestival für diesen Honour bedanken. Und ich möchte euch alle und dieses unglaubliche Team bedanken. Es ist einer der besten Festivals, die ich noch nie bin. Der Crystal Globus Festival Award ging an den bulgarisch-deutschen Film Blagas Lessons und Hauptdarstellerin Elie Skorcheva wurde als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Leere Netze, ein iranisch-deutscher Film, erhielt den Sonderpreis der Jury. Ich bin sehr stolz, dass ich diesen Film in Iran schreibe, dass ich ein Wendel auf die Welt über Iran zeigen kann. Und was ist Iran von meinem Hinblick auf? Der Proxima Grand Prix ging an den südkoreanischen Film Birth von Yu Yi Jung. Während des Festivals wurden insgesamt 185 Werke gezeigt, darunter 116 Spielfilme und insgesamt 123.000 Eintrittskarten verkauft. Der Festival ist nicht nur ein spannungsvolles Filme und filmen, sondern auch ein spannungsvolles Filme und Filmeier. Der ist vor allem für Diväke. Der ist auch so interessant. Jäzis Kácel, Euronews, Karlovy Vary. Untertitelung des ZDF, 2020